Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Online-Shop für professionelles Licht. Mein Name ist Marco Avella und heute habe ich für Sie eine professionelle X-Leuchte mitgebracht und zwar die Aquax von Zalux mit hocheffizienter LED-Technologie. Die Aquax ist ideal geeignet für die X-Zonen 2 und 22 nach Atex-Richtlinie 499-EG. Das heißt also, sie ist in Bereichen geeignet, in denen keine gefährliche Atmosphäre aus Luft- und brennbaren Stoffen über eine längere Zeit, sondern nur kurzfristig auftritt. Die genauen Spezifikationen dazu können Sie natürlich in Ruhe auf unserer Homepage nachlesen. Zu den Einsatzgebieten. Diese LED-Leuchte ist also besonders gut geeignet für Tankstellen, Lackierereien, Lagerstätten für Lacke, Farben und Lösungsmittel, bei denen für eine ausreichende Be- und Entlüftung gesorgt ist. Dann schauen wir uns das gute Stück mal etwas genauer an. So kommt das gute Stück bei Ihnen an. Und als erstes nehmen wir einmal das Cover ab. Der Diffusor ist aus schlagfestem und transparentem Polycarbonat. Hier bringen Sie dann beim Zusammenbauen die Clips an, die ich Ihnen nachher noch zeigen werde. Und hier sehen wir nun die LED-Module. Die Leuchte ist mit Qualitäts-LED der Marke Samsung ausgestattet. Die Mid-Power-LEDs bringen 5800 Lumen und weisen sich durch eine hohe Effizienz von 104 Lumen pro Watt aus. Die Farbtemperatur ist mit 4000 Kelvin neutral weiß und die Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden. Für die Installation müssen wir nun erst einmal den Gerätetreiber herausnehmen. Das ist sehr leicht. Einfach hier am Geräteträger diese Plastiknasen zusammendrücken. Der Geräteträger lässt sich dann herausnehmen. Hier finden wir nun zum einen noch die Dichtung, die für die Kabeldurchführung bei der Verdrahtung notwendig ist. Außerdem liegt hier zum anderen noch eine kleine Tüte mit den verschiedenen Metall-Clips für die Installation bei. Diese Clips sind für die Montage an der Wand bzw. an der Decke. Und hier natürlich die Metallkoffer-Clips, um nachher das Gehäuse zu schließen. Schön gelöst ist hier, dass die Clips von nun an fest hängen bleiben, auch wenn Sie die Leuchte öffnen. Das heißt, falls die Leuchte bereits an der Decke oder an der Wand hängt, ist es leichter, das Cover draufzumachen. Das Gehäuse der Aquex besteht aus robustem, Glasfaser-verstärkten Polyester, das beständig gegen Feuer, Entzündungen und Korrosion ist. Hier ist das Loch für die Verdrahtung. Und hier gibt es die Möglichkeit für die Durchgangsverdrahtung. Hier hinten werden die Clips zur Montage aufgeklipst. Alles in allem ist das Ganze also sehr robust und der positive Gesamteindruck dieser Ex-Leuchte wird abgerundet durch die Schutzklasse 2 und IP66. Wir bieten übrigens die Aquex Ex-Leuchte auch noch als klassische T5-Variante an. Und zwar hier in der Version 1x49 oder 2x49 Watt. Der Vorteil dieser LED-Version hier allerdings ist natürlich klar. Sie müssen die Leuchte aufgrund ihrer hohen Lebensdauer nicht so oft öffnen wie eine Leuchtstoffvariante. Der Nachteil ist allerdings auch ganz klar. Denn wenn die LEDs erstmal hin sind, müssen Sie die gesamte Leuchte austauschen und nicht nur die Lampe. Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Produkt oder ganz allgemeine Fragen haben, so können Sie sich gerne jederzeit per Telefon, Chat oder Live-Präsentation an uns wenden. Denn wir von Watt24 lassen Sie nicht im Dunkeln stehen. Wattака Watt Untertitelung des ZDF, 2020